Hey Leute, herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es weiter mit unserem Mask Boy, den wir im letzten Video importiert haben. Dieses Mal werden wir uns genauer angucken, wie die Animation aussieht und was eigentlich das Skelett ist. Wir haben letztes Mal auch ein paar Texturen verpasst. Wir sehen hier an der Seite diese komische Kugel, die irgendwie sehr sehr seltsam aussieht, aber trotzdem super gut passt scheinbar. Ja, das ist tatsächlich die Textur, die unser Mask Boy braucht. Wenn ihr jetzt nicht wisst, von was ich gerade geredet habe, schaut euch am besten letztes Video an. An der Stelle nochmal vielen Dank an den Autor und ja, ihr erfahrt wie gesagt im letzten Video auch, wo ich ihn runtergeladen habe und so weiter und so fort. Okay, was wir jetzt hier machen wollen, ist wir wollen uns über die Animation und über das Skelett auseinander unterhalten. Genau, also wir sehen hier schon mal, okay, wir sind in diesem wundervollen Fenster und das ist sozusagen alles, was ihr dazu braucht. Ihr könnt ihr navigieren, wie immer, also ganz normal, rechte Maustaste oder alt und linke Maustaste und ihr könnt euch drehen oder sowas. Also alles, alles kein Problem und dann habt ihr hier die Möglichkeit, ja eigentlich wie im normalen Fenster auch. Was jetzt allerdings interessant ist, ist dieses komische Dingens. So, wir haben hier Knochen tatsächlich und mit diesen Knochen, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was man sich bei einem Mensch als Knochen vorstellt. Ein Mensch hat zwar mehr Knochen, aber ich glaube andere Knochen, ziemlich ganz, ganz andere. Vor allem wird er in den Haaren höchstwahrscheinlich keine Knochen haben. Also wir sehen hier überall, wo er irgendwie sich bewegen kann, nämlich immer anhand der Knochen kann er sich bewegen. Und wenn ich jetzt hier mal hergehe und diesen Knochen hier auswähle und sowas mache, dann sehen wir plötzlich, oh, da kann er seinen Arm plötzlich bewegen. Und ihr seht, wofür diese Knochen also gut sind. An den Knochen, also an den Gelenken eigentlich sogar genauer, kann man immer eine Animation machen. Das heißt, wenn ich jetzt das mache, hier zum Beispiel, dann sehen wir, okay, der Arm bewegt sich runter. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil, ja, es sieht irgendwie natürlich aus. Das war gerade die falsche Reihe. So, und jetzt haben wir aber hier das Problem, dass das Ding hier nicht mitgekommen ist. Naja, gut, ist halt so, ne? Das heißt, wir müssen hier tatsächlich, ups, falsche Richtung, nein, das war der falsche Knochen. Okay, ich mache das Ganze mal kurz rückgängig. So sieht es einigermaßen sinnvoll aus. Man kann an den Knochen ein Modell immer bewegen. Und das ist auch genau das, was eine Animation tut. Im Endeffekt werdet ihr mit den Knochen hauptsächlich zu tun haben, wenn ihr irgendwelche Animationen kreiert oder wenn ihr euch die Animationen anguckt. Im Spiel selber, also normalerweise, kauft ihr ja diese Modelle oder lasst sie euch von irgendjemand anders in Maya oder in 3DS Max oder in, äh, was habe ich vergessen? Äh, eins habe ich noch vergessen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall werdet ihr euch diese Modelle normalerweise nicht in Unreal Engine zusammenbasteln. Das ist nämlich hier furchtbar umständlich, also eigentlich nicht so sehr umständlich, aber, ja, ähm, normalerweise gibt es bessere Programme dafür und ihr werdet eigentlich hier, ähm, wie gesagt, nur diese Animationen euch mal angucken. Aber es ist trotzdem wichtig, wichtig zu wissen, wie dieses Skelett überhaupt funktioniert. Das heißt, dass ihr hier sowas habt wie, oh, ich habe hier die Möglichkeit, ähm, ein bisschen meine Schulter hochzuziehen. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, meinen Kopf zu neigen oder sowas. So zum Beispiel, vielleicht auch so. Ups, vielleicht auch nicht ganz so viel. Vielleicht auch so, je nachdem, ob es eine Eule ist oder nicht. In dem Fall ist es keine Eule. Ähm, ja, also das ist sozusagen das Skelett. Sehr, sehr wichtig ist hierbei auch diese Hierarchie, die wir hier aufgelistet haben. Ihr seht, wenn ich diesen Knochen hier einpacke, dann fallen gleich sehr, sehr viele zusammen. Und zwar der hier, der hier, der hier. Eigentlich fallen alle Knochen zusammen, die unter diesem Bone 21 hängen. Und der Bone 21, welcher ist es? Das ist der hier. Das heißt, der komplette linke, äh, rechte Schulterbereich, also von unserer Figur der rechte, von uns aus gesehen, der linke Schulterbereich klappt zusammen und zwar bis Knochen 73 nicht einschließlich. All diese Knochen hier gehören zum, zu diesem Arm hier, also zu dem rechten Arm der Figur. Und das heißt, ähm, wenn ich jetzt diesen Knochen hier, also den Bone 21 irgendwie bewege, dann bewegen sich automatisch alle Knochen, die da dranhängen an diesem Unterbaum. Die werden einfach mitgenommen sozusagen. Das heißt, alles, was hier in diesem Unterbaum drin ist, diese Knochen, die ich jetzt markiert habe, plus der Knochen Bone 21, die bewegen sich, wenn ich Bone 21 irgendwie komisch bewege. Und das gilt für alle. Das heißt, wenn ich diesen Knochen hier bewege, ähm, ihr seht, wenn ich das einklappe, bleibt nicht mehr viel übrig. Wenn ich diesen Knochen jetzt hier irgendwie bewege, dann sieht es erstmal ziemlich komisch aus, aber es bewegt sich tatsächlich alles mit, was da dran hängt. Also wirklich, ähm, Bone 15 bis hier runter zur Ellipse. All diese Dinge, ähm, werden mit bewegt, nur wenn ich den hier verändere. Das heißt, ihr müsst immer an diese Hierarchie denken und alles, was zu dem Baum dazugehört, wird mitverändert. Wenn ich jetzt aber hier den Knochen 38 bewege oder den Knochen 36, das sind die Fingerknochen hier, dann bewegt sich tatsächlich nur dieser eine Knochen. Wir können mal kurz ran zoomen. Ups, nicht so nah. So, also wenn ich den Fingerknochen hier bewege, na, so hat man vielleicht nicht unbedingt was gesehen. Hier, das ist sogar nur die Fingerspitze davon. Ähm, hat wirklich coole Knochen, das Teilchen. Okay, ähm, also wenn ich diesen Fingerknochen hier bewege, dann bewegt sich nur dieser Finger und sonst bewegt sich hier eigentlich gar nichts. Ähm, das liegt daran, dass der eben keine Unterknochen mehr hat. Ist zum Beispiel sehr, sehr nützlich, wenn man hier eben einen Arm bewegen will, dass dann der Rest eben nicht liegen bleibt. Wenn ich jetzt hier aber zum Beispiel diesen, äh, Arm bewege, nein, die Achse war, die Achse ist sehr gut zum Zeigen, dann sehen wir, okay, das hängt alles, also diese ganzen Fingerknochen hier hängen alle dran. Dieser Arm hängt komplett an den Knochen dran, aber das Ding hier hängt offensichtlich nicht an den Knochen dran. Und das ist natürlich dann doof, ähm, ja. Okay, ähm, soviel zum Mesh und zum Skelett hauptsächlich mal. Ähm, Mesh hatten wir eigentlich schon gesehen, das ist eigentlich nichts Besonderes hier. Wir haben hier eben, wie bei einem normalen Objekt auch, die Möglichkeit, ähm, Materials draufzulegen. Und dann haben wir eben Texturen haben wir letztes Mal nur für die Instanz gemacht. Das ist ein riesiger Unterschied. Wir haben nicht dem, ähm, dem Meshboy, äh, Maskboy an sich ein Material gegeben, sondern nur dem Maskboy, den wir hier reingezogen haben. Deswegen ist der Maskboy hier immer noch weiß. Okay, ähm, jetzt möchte ich wieder zurück. Dankeschön. So, jetzt die Animation. Wir können hier dieses Animationsfenster aufmachen oder wir können auch einfach hier die Maskboy an ihm aufmachen und dann sehen wir hier die Animation. Wir haben hier oben wieder unser ganz normales Fenster, mit dem können wir alles machen wie bisher. Alt drücken, hin und her rotieren oder, ähm, ran zoomen. Ja, und uns diese Animation wunderbar aus der Nähe betrachten. So, was jetzt hier passiert ist, wir haben irgendwelche Bones, die wir, ähm, achso, was sind Sockets? Sockets habe ich doch gerade vergessen bei dem Skelett hier drüben. Ähm, wir können einen Socket einfügen, zum Beispiel hier oben an der Spitze von unserem Kopf, ähm, können wir hier einen Socket einfügen und an diesen Socket kann man jetzt Sachen binden. Deswegen heißt das Ding Socket, ähm, weil wir eben hier zum Beispiel, äh, ein Schwert dran packen können oder, äh, einen Hut oder sowas. Also das würde dann hier dran verbunden werden. Ist quasi die Gelenkschnittstelle für andere Objekte, die wir da dran packen wollen. Okay, ähm, jetzt, was ist das für ein Animationsfenster? Also es sieht ein bisschen, äh, arg brutal aus, wenn man das das erste Mal aufmacht, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Wir werden da, äh, noch viele verschiedene Fenster uns angucken. Ähm, das Ding verändert sich auch, je nachdem, was wir eben brauchen. Und, ja, eigentlich ist es wirklich nicht so schlimm. Hier oben, hier habt ihr mal wieder euer Skelett. Da könnt ihr euch dann auch die einzelnen Bones angucken, was mit denen passiert. Die werden ja animiert. Schaut euch vielleicht gerade mal diesen Bone hier an. Der wird gerade komplett durchanimiert. Einfach nur, weil eben diese Arme sich hier bewegen. Ähm, da könnt ihr euch dann vielleicht dieses, äh, das alles mal genauer angucken. Ähm, genau. Was wir hier haben, ist eine Timeline. Hier unten fährt sie durch. Da können wir sie dann auch steuern, Pause drücken. Wir können dann jedes einzelne Frame können wir durchgehen. Wir können auch hier einfach hin und her gehen. Also so, sozusagen, jedes einzelne Frame können wir uns hier genauer angucken. Also es ist ziemlich cool. Ähm, diese Kurven werden wir uns vielleicht noch mal genauer damit beschäftigen. Eigentlich haben wir hier nicht wirklich was, was wir genau machen müssen. Normalerweise, wie gesagt, werden die Dinge auch importiert. Und die selber zu erstellen ist wirklich hauptweise, Friemelarbeit, sage ich jetzt mal. Wenn ihr mehrere Animationen habt, was wir auch noch haben werden, wenn wir mit dem Standardmodell arbeiten, dann werden die hier alle aufgelistet. Dann könnt ihr euch eigentlich eine aussuchen und die abspielen dann. So, und hier kann man jetzt dann auch sagen, okay, ich hätte ganz gerne, ähm, ja, ein paar Einstellungen sozusagen, die ich hier habe. Eine ziemlich coole Einstellung ist hier, ähm, Linear und Step. Kann man vielleicht gerade mal kurz zeigen. Oder, ich glaube, man sieht es nicht wirklich. Na, okay. Wir werden noch darauf genauer zu sprechen kommen. Ähm, also im Prinzip ist das bloß das Fenster. Lasst euch davon nicht über, naja, überwältigen, möchte man vielleicht sagen. Aber, ja, wirklich, es ist gar nicht so schlimm eigentlich. Also hier unten die Timeline ist das Wichtigste. Und, äh, dass ihr hier was sehen könnt. Hier die Knochen, die animiert werden, das ist sehr, sehr wichtig. Und hier könnt ihr euch vielleicht auch die Details der Animationen angucken. Ist aber selbst das ist nicht wirklich unbedingt wichtig. Und hier eben, je nachdem, welche, ähm, welche Animation ihr auswählt. Genau. Das ist eigentlich alles, was ich dazu erstmal, vorerst mal zu sagen habe. Ähm, und wir werden uns natürlich dann noch genau damit beschäftigen, wenn es um die anderen Animationen geht. Okay. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz zu arg überrannt. Ähm, probiert einfach ein bisschen rum und freut euch auf das nächste Video. Wir werden, wie gesagt, das alles noch besprechen. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.